Dieses Ding ist vielleicht alles, was du brauchst, um Dropbox, OneDrive, Google Drive und so weiter zu ersetzen, indem du damit deine eigene Cloud baust. Wie du das machst, das zeige ich dir in diesem Video. Falls du mich noch nicht kennst, hallo, mein Name ist Yunus. Ich bin Programmierlehrer und mit meiner Akademie bringen wir Quereinsteiger an drei bis neun Monaten in den ersten IT-Job. In diesem Abschnitt zeige ich dir, wie du auf deinem Raspberry Pi Nextcloud installieren kannst. Nextcloud ist eine Open-Source-Cloud-Software und diese kannst du komplett kostenlos herunterladen und dann einfach auf deinem Raspberry Pi im Hintergrund laufen lassen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, hier Dateien hochzuladen und diese auch zu öffnen, kannst aber auch weitere Applikationen darauf installieren, um beispielsweise darüber Videotelefonie oder Ähnliches zu machen. Du kannst in Nextcloud verschiedene Apps installieren und diese Videotelefonie oder auch das Öffnen, Bearbeiten von Dateien und sowas, das läuft dann alles auf deinem eigenen System. Das ist nicht in irgendeinem Rechenzentrum in den USA oder in Frankfurt oder sonst wo gespeichert, sondern wirklich bei dir auf deinem Raspberry Pi und die Datenhoheit liegt somit bei dir. Das Ganze ist kostenlos, ist übrigens ein Fork von OwnCloud, falls du davon schon mal gehört hast. Ja, also die beiden Cloud-Systeme sind sich sehr ähnlich. Allerdings kannst du mit Nextcloud viel mehr machen und das Ganze ist leichter zu konfigurieren, zu updaten und du hast halt auch mehr Apps. Ich würde sagen, wir legen los. Wie immer brauchst du für deinen Raspberry Pi natürlich erstmal die richtige Software und musst diese auf dieser SD-Karte hier installieren. Dafür hast du ganz normal diesen Raspberry Pi-Imager und wählst jetzt hier dein Gerät aus, dein Betriebssystem aus. Hier wählen wir das Raspberry Pi OS und deine SD-Karte. Und nun wird das Ding installiert. Der Raspberry Pi läuft hinter mir und ich verbinde mich per SSH auf die Maschine. Dafür musst du einfach in die Konfiguration gehen, bei den Host-Einstellungen einen Namen für deinen Host angeben und dann bei Schnittstellen SSH aktivieren. Passwort und Benutzernamen kennst du hoffentlich noch, ansonsten kannst du das da auch eingeben und dann öffnest du einfach dein Terminal. Das heißt, bei Windows hier unten CMD eingeben oder bei Mac nach Terminal suchen. Und hier jetzt einfach SSH eingeben, dann den Benutzernamen deines Systems, in meinem Fall Admin, dann add den Host-Namen. Den kannst du da wie gesagt auch in den Einstellungen von eben konfigurieren, wenn du den nicht mehr weißt. Standardmäßig ist das einfach Raspberry Pi. Ich habe meins jetzt umbenannt in Raspberry Pi 5 und dann drückst du einfach auf Enter. Wichtig, damit das funktioniert, musst du dich natürlich im gleichen Netzwerk wie auch dein Raspberry Pi befinden. Beim ersten Mal wirst du hier noch eingefordert, einmal mit Yes zu bestätigen. Und jetzt gibst du einfach beim Login dein Passwort ein und drückst auf Enter. Wir befinden uns jetzt auf unserem Raspberry Pi im Ordner home. Das ist übrigens unser Desktop und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach diverse Sachen zu installieren. Erstmal müssen wir unser System allerdings updaten, damit wir auch die neuesten Versionen von allem haben. Dafür einfach folgenden Befehle eingeben, sudo apt update und danach sudo apt upgrade. Hier noch mit Ja bestätigen und schon sind wir auf dem neuesten Stand. Jetzt können wir gleich mit sudo apt install verschiedene Software installieren. Das erste, was wir unbedingt brauchen, ist ein Web-Server. Ein Web-Server hilft uns dabei, unsere Anwendung, die wir gleich installieren wollen, nämlich Nextcloud, auch über das Internet beziehungsweise über unser Netzwerk bereitzustellen. Also müssen wir jetzt einfach unseren Web-Server installieren und der heißt Apache 2. Das ist so ein ziemlicher Standard-Server. Da sind wir jetzt auch fertig und im nächsten Schritt müssen wir PHP installieren. PHP kommt mit super viel Erweiterung, die wir auch mit installieren müssen, wie zum Beispiel hier so eine SQL-Extension und so weiter. Deswegen brauchst du all diese Packages, die ich hier hingeschrieben habe. Keine Sorge, ich verlinke dir das Ganze natürlich in der Beschreibung oder schreibst du da kurz rein, dass du das jetzt nicht von null hier abtippen musst. Da brauchst du ja ewig und nachher macht man noch Fehler. Übrigens wird man jetzt immer gefragt, ob man das auch wirklich installieren möchte und fortfahren möchte. Wenn du hier minus y eingibst, dann wird das automatisch bestätigt. Ich drücke auf Enter und jetzt installiert der PHP mit den ganzen Erweiterungen hier. Und du merkst schon, im Gegensatz zu Windows musst du hier jetzt wirklich sehr viel selbst installieren und selbst über dieses Terminal machen. Aber genau das macht den Raspberry Pi auch so interessant, denn hier lernst du wirklich, wie Software unter der Haube funktioniert. Hier lernst du, was man da alles im Hintergrund machen muss, was für Rechte man geben muss, was für Zusatzsoftware man braucht. Denn die meiste Software, die basiert ja immer auf einer Programmiersprache, in diesem Fall jetzt PHP. Und die muss man dann erstmal im Hintergrund installieren und so weiter. Also das ist echt für den Lerneffekt extrem gut, was wir hier machen. Übrigens Clear macht nichts anderes, als einfach die Konsole zu clearen, damit wir besser sehen können. Nachdem wir PHP installiert haben, brauchen wir im nächsten Schritt jetzt noch ein Datenbanksystem. Eine sogenannte SQL-Datenbank. Das ist einfach eine Tabelle oder mehrere Tabellen, wo Daten gespeichert werden. In diesem Fall die Daten, die wir benötigen für unsere Cloud. Wir laden da ja Daten hoch, wollen die irgendwie verwalten, speichern diverse Informationen. All das wird in der Datenbank abgelegt. Es gibt verschiedene Datenbanksysteme. Es werden drei empfohlen. Am meisten hört man immer MariaDB. Deswegen machen wir das hier jetzt in diesem Fall auch. Da funktioniert Nextcloud sehr gut mit. Und das macht man wieder mit diesem sudo apt-install. Sudo heißt übrigens immer, dass wir es als Administrator ausführen. Mit apt-install können wir hier ein Programm installieren. In diesem Fall halt eben MariaDB. Und mit minus y bestätigen wir noch automatisch, dass wir gleich nicht nochmal weitersagen müssen. Als nächstes müssen wir jetzt MariaDB noch installieren. Die Software ist ja bereits vorhanden, aber jetzt müssen wir sie nochmal konfigurieren. Und das geht mit dem Befehl sudo mySQL oder mySQL secure installation. Hier wird jetzt nochmal einiges gefragt. Zum Beispiel hier enter current password for root. Und dann werden hier verschiedene Fragen gefragt. Zum Beispiel, ob wir Unix socket authentication nutzen wollen. Ne, wir wollen uns einfach ganz normal mit unserem Account authentifizieren, so wie wir es jetzt auch. Ansonsten hier noch, ob wir das root-Passwort ändern wollen. Nein, wollen wir nicht. Ob wir anonymous users entfernen wollen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Anonymous users, das steht auch hierüber, sind halt einfach User, die, wenn das Ganze später auf Produktion läuft, also wenn das live ist, auf jeden Fall entfernt sein sollten. Und wir wollen das ja vielleicht live irgendwann mal verwenden. Denn mit diesem anonymous user kann sich jeder in die Datenbank einloggen. Das wollen wir nicht. Sollte man sich von online auch einloggen dürfen? In unsere own cloud ja, in unsere Datenbank allerdings nein. Also sagen wir disallow mit einem y. Es gibt noch so eine Testdatenbank, die entfernen wir jetzt einfach mal. Und dann können wir hier noch einmal alles reloaden. Ja, und dann sind wir auch schon durch damit. Jetzt können wir uns in MariaDB einloggen mit diesem Befehl hier und drücken einfach mal auf enter. Wie gesagt, ich habe dir all diese Befehle hier verlinkt. Was wir jetzt hier machen müssen ist, nachdem wir ein Passwort eingegeben haben, das ist einfach dein Passwort von eben. Wir müssen jetzt hier eine neue Datenbank erstellen. Und das geht mit diesem Befehl hier. Ich füge das mal ein. Gehen wir nochmal durch, was hier steht. Das ist sogenannter SQL-Code. Hier steht Create Database Nextcloud. Also man merkt, man kann diesen SQL-Code sehr gut lesen. Damit haben wir eine Datenbank erstellt und die heißt Nextcloud. Hier haben wir in diesem Fall jetzt einfach mal ein Testpasswort eingegeben, nämlich dein Passwort. Ja, hier ist nochmal der ganze Befehl. Und wir haben jetzt einen User, der heißt einfach Nextcloud User. Und Localhost ist einfach mein Raspberry Pi. Und damit haben wir die Datenbank auch schon angelegt. Auch diesen Befehl habe ich dir natürlich wieder verlinkt. Und mit diesem Exit kommen wir aus MariaDB wieder raus und sind jetzt ganz normal wieder auf unserem Raspberry Pi. Ich sage Clear. Und wir haben jetzt alles fertig konfiguriert. Jetzt können wir endlich Nextcloud herunterladen. Dafür brauchen wir erstmal natürlich einen Download-Link. Um die aktuelle Version von Nextcloud zu finden, google ich einfach mal nach Nextcloud Releases und drücke hier auf den zweiten Link. Hier sehe ich nämlich alle aktuellen Versionen von Nextcloud. Und je weiter wir runtergehen, desto moderner ist die Version. Ja, aktuell haben wir hier vom 11.12. die Version 28.00. Und die können wir uns jetzt hier verschieden gepackt, ja zum Beispiel hier als Tar und so weiter herunterladen. Ich nehme immer das hier mit der Endung .ta.bz2, denn das können wir bei Linux ganz easy entpacken. Das heißt, wir brauchen jetzt den Link hier. Dafür gehe ich einfach mit Rechtsklick drauf und sage Adresse des Links kopieren. Und das können wir jetzt hier einfach einfügen mit Strg-V oder Strg-Umschalt-V. So, wie können wir jetzt hier etwas herunterladen? Das ist noch ganz interessant. Das geht ganz easy über das Terminal, wenn wir jetzt auf unserem Computer etwas herunterladen wollen. Und zwar mit W-Get davor. Dann drücken wir einfach auf Enter und jetzt sehen wir hier, wie das Programm, ja das heißt einfach die gepackte Datei, ja wo alles drin ist, der gepackte Ordner heruntergeladen wird. Das dauert natürlich einen kurzen Moment und dann können wir das gleich entpacken. Dafür schreiben wir einfach Tar-XVF und dann den Namen der Datei, die wir entpacken wollen. In diesem Fall Nextcloud-2800.h.bz2. Dieses X steht dafür, dass wir was entpacken wollen. Das V steht für verbose, ja das zeigt einfach den Fortschritt des Entpackens an und das F gibt an, dass das folgende Argument der Dateiname ist. Also das hier. Ich würde sagen, ab die Post. Und jetzt sehen wir hier halt immer die Dateien, die entpackt werden direkt. Nachdem wir jetzt das heruntergeladen haben, können wir übrigens unser Home-Verzeichnis mal anzeigen lassen mit LS-LR. Ja, da sehen wir jetzt die ganzen Standardordner, also Vorlagen, öffentliche und so weiter. Hier hat er hier den Download, den wir haben und hier den entpackten Ordner, ja, Nextcloud. Der soll aber natürlich nicht hier bleiben. Das Ding hier oben auch nicht. Das können wir wieder löschen. Ja, das macht man einfach mit RM oder sudo RM, um das als Administrator auszuführen. Und dann sagen wir Nextcloud-2800 und so weiter. Ich kann das übrigens so schnell tippen, indem ich einfach nur die 28 schreibe und dann auf die Tabulator-Taste drücke. Ja, die Tab-Taste, dann wird das automatisch vervollständigt. Wenn ich jetzt nochmal LS-LR angebe, dann sehen wir, dass das Ganze weg ist. Den Ordner Nextcloud hier, den möchte ich jetzt verschieben. Und das mache ich mit sudo move, also MV. Und jetzt sage ich, welchen Ordner ich verschieben möchte, Nextcloud, und wohin ich den verschieben möchte. Und zwar in den Ordner, das ist jetzt ganz wichtig, var slash www, also www, slash HTML. Wenn wir in diesen Ordner etwas verschieben, dann ist das automatisch im Ordner von unserem Web-Server, von diesem Apache 2, was wir ganz am Anfang installiert haben. Und dadurch, dass wir hier jetzt das Ding in unseren Web-Server-Ordner schieben, können wir das Ding verwenden. Das heißt, ich drücke jetzt einfach auf Enter und wir gucken jetzt nochmal, ls-lr, der Ordner ist hier jetzt ebenfalls verschwunden. Der befindet sich jetzt im Ordner von unserem Web-Server, also var slash www slash HTML. Als nächstes brauchen wir jetzt den folgenden Befehl. Was macht der denn jetzt schon wieder? Bei Linux ist es so wie bei Windows auch, und übrigens auch bei den meisten Accounts, wo du dich irgendwie einloggst, es gibt verschiedene Benutzer. Und für den Web-Server gibt es einen Extra-Benutzer. Das heißt, bei Linux ist es häufig so, dass verschiedene Programme, wie beispielsweise ein Web-Server, dieses Apache, was wir installiert haben, von einem Benutzer ausgeführt wird. Und mit diesem Befehl sagen wir jetzt, dass wir den Eigentümer, das sind ja aktuell wir von diesem Ordner, ändern. Und zwar setzen wir als Eigentümer diese Person hier, einen User namens www.data. Und hier unten haben wir nochmal eine Gruppe, ebenfalls www.data. Es gibt nämlich bei Unix und Linux immer so ein ganz spezielles Rechte-System und das besteht aus Nutzer und aus Gruppen. Und Rechte können immer an Nutzer und an Gruppen gegeben werden. Und jetzt gerade sagen wir einfach nur mit dem Befehl ch-own, dass wir rekursiv, das heißt den Ordner mit allen Dateien da drin, das bedeutet rekursiv in diesem Fall, dem Benutzer und der Gruppe www.data einfach alle Rechte übertragen von unserem aktuellen Nutzer. Jetzt drücke ich hier wieder auf Enter und die Rechte sind jetzt übertragen. Die Rechte von einem Ordner und von Dateien kannst du dir übrigens auch immer mit diesem Befehl hier anzeigen lassen. ls-lr und dann den Namen des Verzeichnisses, in diesem Fall halt der Ordner von unserem Web-Server. Drücken wir mal auf Enter und dann sehen wir hier ganz am Anfang die Rechte für Nextcloud. Ja, hier der User www.data und hier die Gruppe www.data. Und hierfür zum Beispiel für die Datei index.html, die hier auch drin liegt, Root und Root als Gruppe und als User. Hier am Anfang, hier werden nochmal die Rechte ganz differenziert aufgeteilt. Ja, Eigentümer, das sind die drei Rechte. Für die Gruppe, das sind die drei Rechte. Und für alle anderen, das sind diese drei Rechte. RWX steht dabei für Read, Write, Execute, also für Lesen, Schreiben, Ausführen. Strich heißt keine Rechte und dieses D am Anfang heißt, dass es sich um einen Ordner handelt. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, sind wir auch schon fast fertig. Eine kleine Sache fehlt noch und zwar Konfiguration. Denn es gibt immer bei einem Web-Server eine Textdatei. Ja, die heißt in diesem Fall hier nextcloud.com für die Software Nextcloud. Und hier müssen wir jetzt noch etwas reinschreiben. Mit sudo nano haben wir die Möglichkeit, diese Textdatei zu erstellen, falls die Datei nicht existiert und ansonsten zu bearbeiten. Den Befehl kopiere ich dir natürlich ebenfalls, so wie alles in die Beschreibung. Ja, da kannst du einfach alles nochmal rauskopieren und nachgucken, falls etwas nicht so richtig funktioniert. Oder du etwas falsch getippt hast oder einfach zu faul bist zum Tippen. Ja, und hier müssen wir jetzt eine Konfiguration reinkopieren. Die fügen wir einfach ein, indem wir sie kopieren und dann mit Rechtsklick hier einfügen. Danach Steuerung X und dann auf J für Ja und auf Enter. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, hier nochmal alles drauf einzugehen. Ja, das lernst du, wenn du dich ein bisschen mehr mit Web-Servern beschäftigst. Ja, aber für jetzt reicht es einfach, diese Beschreibung einzufügen. Einfach aus der Beschreibung hier unter dem YouTube-Video nochmal rauskopieren. Jetzt musst du die Seite nur noch aktivieren. Das geht mit diesem Befehl hier und diesem Befehl ebenfalls. Und im letzten Schritt müssen wir unseren Web-Server einfach nochmal neu starten. Ja, das geht immer wieder als Administrator ausgeführt mit dem Befehl System Control. Damit können wir einfach beliebige Services auf unserem Raspberry Pi neu starten. Ja, und wir wollen jetzt unseren Web-Server neu starten. Ja, der heißt ja Apache 2. Also sagen wir einfach Restart Apache 2 und drücken auf Enter. Das sind jetzt natürlich sehr viele Befehle und vieles davon musst du vielleicht erst einmal auch einfach akzeptieren. Wenn du das in der Tiefe lernen möchtest, ja, ist auch ein sehr, sehr wertvoller Skill, dann mach gerne mal eine kostenlose Beratung mit uns aus, denn wir bringen in unserer Backend-Weiterbildung auch viele, viele Linux-Sachen bei. Unter anderem, wie du so einen Web-Server konfigurierst und wie du da deine Projekte live stellst. Und da lernst du diese ganzen Befehle und hast viele Übungen, wo du so etwas hier anwendest. Unser Projekt sollte jetzt auf jeden Fall laufen und wir müssen das jetzt nur noch im Web-Browser aufrufen. Dafür tippst du in deine URL-Leist einfach http.doppelpunkt slash slash und dann Raspberry Pi. Allerdings hier natürlich Raspberry Pi 5, ja, so heißt meiner, da gibst du den Hostname ein. Das heißt, das, was du auch vorher eingegeben hast in deiner Konfiguration von einem Raspberry Pi. Wenn du da nichts angegeben hast und dich per SSH damit verbinden kannst, dann wird es wahrscheinlich einfach Raspberry Pi ohne die 5 sein. Wenn du hier drauf gehst, dann siehst du erst mal, dass dein Apache-Webserver läuft. Und wenn du jetzt hier slash den Ordner eingibst, den wir konfiguriert haben, du erinnerst dich, mit ls-lr können wir angucken, was auf unserem Apache läuft. Ja, einfach hier reingehen, das ist nämlich immer dieser Ordner. Wir haben jetzt gerade die Datei index.html offen und wir wollen ja Nextcloud öffnen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier einfach slash Nextcloud. Und damit sind wir auch schon drin, Nextcloud läuft jetzt auf deinem Raspberry Pi und jetzt musst du das Ding nur noch hier mit diesem Ding hier installieren. Ich gebe jetzt einfach meinen Benutzernamen und Passwort ein, das Ding, was ich bei meinem Raspberry Pi auch benutze. Und der Datenbankbenutzer war Nextcloud-User und das Passwort war in diesem Fall einfach dein Passwort. Die Datenbank hatten wir Nextcloud genannt. Wenn du nochmal gucken möchtest, die ganzen Befehle bekommst du aus diesem Befehl hier, wo wir unsere Datenbank angelegt haben. Nextcloud, Nextcloud-User und hier das Passwort. Datenbankhost, Localhost und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Installiere. Anschließend werden wir jetzt auf eine Internetseite weitergeladen, die nicht existiert und das liegt daran, dass die URL hier oben falsch ist. Wir erinnern uns, am Anfang muss hier noch Raspberry Pi 5 stehen. Und dann sind wir auch schon drin. Wir haben jetzt unsere Cloud installiert, sie funktioniert und wir können hier direkt verschiedene Apps installieren. Und du könntest deine Kontakte, deinen Kalender, alles in deiner eigenen Cloud hosten. Ja, da bist du unabhängig von Services wie beispielsweise Google und so weiter. Es läuft alles bei dir. Das einzige Problem ist, ja, natürlich hast du da noch die ganze Verantwortung. Das heißt, wenn dein Raspberry Pi kaputt geht, dann ist alles weg. Einfach etwas, was du auf dem Schirm haben solltest, ja, da vielleicht nochmal über Backup-Lösungen und so weiter nachdenken. Und natürlich brauchst du hier auch nicht so wie ich jetzt dein Passwort, sondern wirklich ein sicheres Passwort etc. Aber grundlegend hast du jetzt deine eigene Cloud und du kannst hier alles machen. Ich würde jetzt gleich mal die empfohlenen Apps hier installieren. Und ansonsten ist Nextcloud wirklich sehr benutzerfreundlich. Die Installation war jetzt ein bisschen komplex. Natürlich, ja, vielleicht hast du jetzt das erste Mal in deinem Leben mit Linux gearbeitet. Dann ist klar, dass das erstmal so ein bisschen viele Befehle waren, die man da hintereinander eintippen muss. Aber hinter jedem dieser Befehle steckt wirklich sehr viel, was man da verstehen kann. Wie Software funktioniert, wie Installation funktioniert, wie Rechte funktionieren und so weiter und so fort. Wenn du mit Linux fit werden möchtest, wirklich eine richtig geile Übung. Und dann empfehle ich dir auch noch mehr, solche Software zu installieren. Und wie gesagt, bei uns in der Backend-Weiterbildung, da ist Linux auch etwas, was wir da natürlich vermitteln. Denn auch wenn du später mal Web-Server aufsetzen möchtest, wenn du Projekte hosten möchtest und so weiter, dann solltest du die Basics von Linux auf jeden Fall verstehen. Das Coole ist, Nextcloud hat übrigens auch eine App, ja, also sowohl für Desktop als auch für Android als auch für iPhone. Dann kannst du auch noch von deinem Handy und so weiter darauf zugreifen und kannst hier wirklich alles Mögliche machen. Steht hier auch direkt mit dem Link. Ich mache das Ganze jetzt nicht. Für mich passt das jetzt erstmal. Aber teste dich gerne hier aus, ja. Bei Nextcloud kannst du wirklich richtig geile Sachen machen, ja. Und kannst hier alles managen. Kannst hier Fotos hochladen. Kannst es Leuten bereitstellen und so weiter und so fort. Und das Ding läuft jetzt wirklich komplett hinten auf deinem Raspberry Pi. Es ist Open Source und ja, du kannst es ganz easy verwenden. Das war sicherlich jetzt das anspruchsvollste Projekt von allen. Aber es ist auch ein Projekt, was dich definitiv lohnt. Wenn du das jetzt durchgezogen hast, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn du gerne weiter solche Sachen lernen möchtest, dann schreib es mir natürlich gerne mal in die Kommentare. Und wenn du jetzt sagst, hey, du möchtest gerne Softwareentwickler werden, du bist vielleicht gerade in einer ganz anderen Branche tätig, du machst etwas ganz anderes, aber du willst gerne als Quereinsteiger Softwareentwickler machen, dann empfehle ich dir, schau doch einfach mal auf unsere Internetseite. Denn genau das ist unser Job. Wir bei der Developer Akademie bringen Quereinsteiger in den ersten IT-Job und das Ganze in drei bis neun Monaten. Und wir haben auch noch einen weiterführenden Kurs, den Backend-Kurs, wo wir halt auch noch auf dieses ganze Linux und so weiter eingehen, damit du halt einfach in eine höhere Position kommst und einfach nochmal besser wirst und auch die Möglichkeit hast, langfristig dich weiter aufzustellen und einfach nochmal richtig, richtig gut zu werden. Also, wenn dich das Ganze interessiert, dann schau auf unsere Internetseite, da kannst du eine kostenlose Beratung mit uns vereinbaren. Und da können wir einfach mal schauen, ob wir zusammenpassen, ob wir dir weiterhelfen können, ob das Ganze in deiner individuellen Situation überhaupt das Richtige ist. Und vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen, dann sehen wir uns. Und ansonsten sehen wir uns natürlich hier im nächsten Video auf unserem Kanal wieder. Also, mach's gut, dein Yunus. Ciao.